Ich halte die Augen offen. Pfarrer! Reden wir! Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier, in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikolai ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und prepariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz. Nordseite der Brücke. Feuer frei. Verstanden. Die Team ist hier in der Zeit. Fronträfer, Fronträfer, Fronträfer! Ding Dong. Jemand zu Hause? Wir nach. Yalla, yalla. Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Let's go. Und? Wir sind in Stine-Tone. Oh, du, mit denen wir wieder. Let's go. Let's go, aber das ist so wenig Muni. Ich mach dir da dran gar keinen Schein. Wunder der Fritzi, let's go. Wunder der Fritzi, Junge. Wunder der Fritzi, Junge. Wunder der Fritzi, Junge. Wunder der Fritzi, Junge. Bist du irgendwo geschossen? Ich hab keine Ahnung von mir. Soll jetzt der Rakete oder was das denn? Hä? Tschüss. Ja, genau. Ah, shit. Geh weg. Geh weg. Ja, genau. Geht halt alle auf mich. Wieder Knahtierung. Wieder. Geht halt alle auf mich. Hey, let's go, blime weg. Jupp, rum. Am Bunker Ich stehe die Wir haben drei Teile ausgeschaltet Treffer Ein Teile ausgeschaltet Treffer Lass nach Reinhalt Geh 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 Weck 아이 Geh Geeh Weck Geh Weck Geh Geh Ca Da soll ich vielleicht NICHT reinladen. Ich weiß nicht, was ich war. Was ist denn? Alter! Gibt's hier noch nie? Tschülik. Tschüss. Das beruhigt mich eben. Mann, ich hab fast keinen Schuss mehr. Was sind nun 16 Schuss? Ähm, NICHTS. Ah, genau. Geh halt. Geh direkt ab. Aber es ist natürlich direkt wo ich bin, oder? Kann ich das machen? Ich will den ja gerne aushalten, aber ich kriege nicht. Ich will den auch mit dem Monster töten, aber... Das ist doch schon weg. Sorry. Ich will den auch mit dem Monster töten. Ich will den auch mit dem Monster töten. Ich will den auch mit dem Monster töten. Ja, dieses Ziel. Ja, dieses Ziel. Tschüss. Stink. Ja... Ihr müsst zu Nikolai und die Laden holen! Sehr cool, let's go. Jo, alles. Ja. Weg! 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 Oh, jetzt ist er raus! Tschüss! Oh, natürlich tut das nicht! Komm! Was? Tschüss! Wow, jetzt... Da war noch ein... Tschüss! Ach, Tschüss! 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 Ja, eigentlich hinten... Ja! Alter! Tags halt noch Spieler! Schuss... 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 Ich mach nur ne Waffe... Okay! Geh hoch! Geh hoch! Guck! Wann ja?! Tag Tags halt noch hole! Schuss! Was ist denn denn noch? Ja! Weis die nie, ob es denn noch Kiel erst zum Traumschießen? Man, was ob die Wach nicht durch... schweizschießen mein Gott, die haben meine Kill gemacht auch weg ich kenne genau in die Granate, guck mal was sie machen die verstecken sich da einfach nix Granato hauptsache für dies wo du machst dich warte shit die ist jetzt nicht wirklich zurück oder hä wo alles klar oh man tschüss alter als ob man jetzt ist der aber weg so weiter gehts so auch wenn sie vielleicht schlau wäre okay kann ich das nicht okay ähm man ist einfach weg zu machen ich wills nicht weg machen ich wills nicht weg ich wills nicht weg ich wills nicht weg finde diese Mission ist ich wills nicht weg okay im weg Korrekt. Nicht verlieren. Wozu helfen? Markov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Ich bring den Rest zum Preis und solchen Geld. Wir sehen uns später. Da hätte man doch die Miliz... ...können können. Was ist im Bus für eine Milizierung? Was? Soldatenmodel, einer von uns! Okay. Heiler! Ich glaube, ich hab den nicht geschafft. Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Was muss ich hin? Das... Heiler, das wird er durch! Wird da schon irgendwas? Nee. Warum sollte man noch ne Taschensammel bei haben? Da war ich nicht! Höh! Rudi! Schreckt mich doch was. Ich bin ein kracht. Schreiner! Das ist auch nicht in den Nott. Okay, ich habe noch nicht mehr Beinigung. No. Oh Gott! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist schon so wichtig. Wo ist der? Wo ist der? Ehhh, genau Vielleicht soll ich das mit der hier machen Mann Ja Natürlich Weg, 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 weg Hop Natürlich ist er hinter mir Weg, weg Trifor Weg, weg, weg Weg, weg Weg, weg Alter Alter So Weg desto weg 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 Wo ist der? Ah, weg! Ich hab doch zwei Kugeln! Da war es jetzt nur noch eine Kugel. Jetzt hat aber wieviel schluckt der? Ja. Wir müssen die Kugeln werfen, ja? Können die mich dann auch töten, aber... Wir müssen die Kugeln werfen. Aaaaaah! Brauch ne Waffe! Geht dieses stupe AK auf, Mann! Der Kurs ist verlänglich! Endlich! All die Schuhe, Mann! Okay. Chill. So. Komm bitte, Mann! Wo ist das? Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando! General Barkov gesichtet! Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform! Echo nähert sich den Heizkessel, Kommando! Platziert eure Ladungen und raus da! Roger, Echo Ende! Die mir wusste ich, dass das Ding kaputt geht! Wenn dann! Rücke! Sicher! Was ist los? Zünder ist der Marsch. Und jetzt? Ich geh da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Pfarrer, hör mir zu! Nein, du hörst mir zu! Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte! Nenn mich ja nicht so! Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden! Und jemand muss Barkov töten! Beides geht nicht! Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen... An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Viel Glück. Nein, Alex. Wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain! Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Oh, Skar! Let's go! Okay. Krieg ich sie nicht mehr nicht? Upsa. Der ist da. Der ist weg. 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 Und... Woa. Tschüss. Irgendwo. Ich muss jetzt alle lassen. Schieß. Virus. Oh. Man. Lass doch mal diese doofe Granaten. Häh! Wann? Lass doch mal diese doofe Granaten ihn mal. Häh! Schuss! Ist das okay? 11-9 ist er nicht weg! Jetzt ist er weg! Ich würde es nicht mehr wissen. Ich bin nicht gerade. Blatt nach! Wo ist das denn jetzt eigentlich hin? Warte. Warum tut es dich nicht? Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren! Bewegung, Leute! Ja, Sir! Ja, da bin ich nicht durch, glaube ich. Da laufe ich nicht durch, es brennt! Natürlich ist hier wirklich Schatz leer. Okay, platier die Sprengsäste, los! Ja! Ladungen sind schaum! Ach, der ist Bartow, der kommt! Farah, Nikola, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich werde sofort Moskau an die Striebe! Wiederhole, Bartow hat abgehoben. Ich bin General Bartow! Farah! Farah! Habe Sichtkontakt! Mir egal, wie spät es ist! Ich werde sofort Moskau an die Striebe! Was? Karin! Okay. Ähm... Warte! Habe Sichtkontakt! Habe Sichtkontakt! Mir egal, wie spät es ist! Was? Karin! Körnschein! So, oder auch nicht! Hä? 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 What the fuck? Habe Sichtkontakt! Ich bin General Bartow! Niemand vektoriert dich! Oder so? Lass dich mal übernehmen. Ich drück einfach! Wenn du dir eigentlich das? Ja, bitte! Lass dich jetzt das wiederholen. Lass dich doch zusammen! Na oder? Lass dich ... Nein, ich kiff! Pfarrer, wie ist dein Status? Käpt'n, Barkov ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los. Danke. Gerne. Bereit, Käpt'n. Raja, alle Stationen auf mein Zeichen. Drei, zwei, eins. Befestigt, Ziel ist zerstört. Gut gemacht. Karib. Nötig in Russland wäre stolz. Wachil. Urzikstan. Heim. Tee? Nun, ich bin weit weg. Von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Ja, er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Hm-mm. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Zakajev will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben. Mit McMillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Victor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gaz. Hat er nie erwähnt. John McTavish. SAS. Scharfschützer. Sprengl. Nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest. Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 1-4-1. Okay.